Hallo, ich bin der Ruthi. Ich bin auf meiner ersten großen Motorradreise und nach 23 Tagen Camping in Portugal, bin ich jetzt wieder in einer Stadt. Als ich nach Setobal gekommen bin, war ich ehrlich gesagt überrascht, weil auf Google vorher sah es nicht so geil aus. So ein bisschen industriemäßig, Blogs und so gibt es auch. Aber hier der Innenstadtbereich ist so ein Boulevard und es ist halt direkt am Wasser. Überall sind so Delfinzeichen, weil das Symbol der Stadt ist und Fußgängerzone, viele so kleine Cafés und Restaurants. Also es ist eigentlich mega schön. Und dann ist es auch noch mehr, was es ist ein bisschen absoluter. Ich bin so glücklich aber, wie ich bin in der Stadt war. Ich habe ja erzählt im letzten Video, dass ich das ein bisschen vermisst habe, verschiedene Cafés und Restaurants zu besuchen und so weiter und das habe ich dann hier voll ausgenutzt. Hier gibt es viel Seafood, vor allem Schokofritos. Das Stadtgericht, also es sind so wie Calamares, bloß nicht rund frittierte Squids halt, Pit-Frische. Hier bin ich in so einer Markthalle, wie man es auch aus Spanien kennt. Hier gibt es eben auch einen Decathlon, da war ich dann natürlich auch gleich nach meiner Campingerfahrung. Ich habe zum ersten in meinem Leben Travel-Zeug da gekauft. Gerade jetzt auch auf den Campingplätzen, alle haben alles von Decathlon. Wie ich immer sage, war der einzige Typ, der nicht ein Zelt von Quechua hatte. Und ich habe mir ein paar Sachen auch auf YouTube angeguckt und so. Und die Qualität scheint sehr gut zu sein. Ja, und deswegen probiere ich das jetzt mal aus mit kleinen Sachen. Und das ist halt cool, weil normalerweise dieses Travel-Zeug kostet halt immer mega viel Geld. Und man hat immer, man kauft sich das und man weiß halt nicht, ob das so gut ist oder ob es nicht auch ein 30 Euro Zelt tut, zum Beispiel. Und beim Decathlon kann man sich einfach mal was kaufen und wenn es scheiße ist, macht nichts. Und ja, jetzt war ich vier Tage da. Das Hostel war super geil, eigentlich. Was cool war, es ist halt neu offen und es ist von Brasilianern geführt und es ist alles so ein bisschen wie Homestay. Also die wohnen da selber und da sind immer tausend Leute in der Küche und so und keiner spricht Englisch. Und das ist ganz cool, weil sonst sprechen die Partugiesen ja sehr sehr gutes Englisch. Das Problem ist leider, dass es in so einer Hauptstraße liegt und es ist ziemlich warm. Du musst halt das Fenster aufmachen und es ist auch so ein allgemeiner Balkon am Zimmer. Also es ist auch so ein Durchgang quasi. Und irgendwie, also ich fand es tierisch laut. Das hat genervt. Mit Opax ging es dann. Aber ja, das ist quasi die Downside vom Hostel. Hier gibt es direkt irgendwie zehn Minuten von hier mit dem Moped, gibt es so einen Naturpark. Arabida, glaube ich heißt der. Oder Arabida. Und es ist halt auch wirklich mega geile Straßen und voll bewaldete Berge. Sieht halt fast aus wie Dschungel. Und dann auf der linken Seite hast du halt direkt die Küste, Traumstrände mit so kleinen Sandbuchten, die aus dem Wasser herausragen, türkisblaues Wasser. Also es hat mich tatsächlich ein bisschen an Südostasien erinnert. Und auch heute, wenn ich jetzt weiterfahre in den Norden, mache ich noch ein paar Stops in dem Naturpark und schaue mir noch ein bisschen was an, weil es echt cool ist und es macht auch Spaß, da mal mitzufahren. So, ich bin jetzt in diesen Naturpark Arabida reingefahren. Mit dem Motorrad darf man da reinfahren und man kann hier so am Rand parken. Es dürfen manche Autos auch irgendwie reinfahren, aber die meisten Autos werden abgeplottet. Normalerweise musst du vorne parken und den Bus nehmen. Hier muss man die Klippe runterlaufen, um zum Strand zu kommen. das muss man sagen. Ja. Bevor ich jetzt hier die Festung Sau Philippe bei mir anschaue, zeige ich auch gerade nochmal, wie ich die Sachen sicher, wenn ich mit vollem Gepäck dann irgendwo bin und mir was anschaue. Einige hatten danach gefragt und zwar habe ich mein Kabel, mein berühmtes Kabelschloss, das ich schon so oft gezeigt habe. Da mache ich den Helm mit fest. Also ziehe es da durch und mache das fest. Die Handschuhe mache ich mal einfach da rein. Klar, die kann jemand rausnehmen, aber gut. Und dann die Jacke. Da habe ich hier von meinem Rucksack so ein Stahlseil. Ziehe ich durch den Ärmel durch und mache die hier. Da ist so eine Schlosssicherung. Könnte man natürlich auch im Rahmen festmachen oder so. Macht es da fest. Die Sache mit dem Drahtseil durch den Ärmel von der Jacke ist eine Idee von jemandem, der auch das Video von Gibraltar kommentiert hat. Da war es ja so, dass ich irgendwie hochgefahren bin und dann hat er mich da parken lassen, also der Wächter. Und ich habe dann aber nicht gewusst, wie ich meine Jacke abschließen soll oder wollte sie nicht auf dem Motorrad liegen lassen, dann da stundenlang und habe sie dann angehalten und ich bin halt umgekommen vor Hitze. Und dann hat jemand geschrieben, ja ein dünnes Stahlseil durch den Ärmel ziehen. Das ist eine gute Idee. Und das Ding war halt, ich habe so ein Stahlseil dabei, weil das in meinem Packsafe Rucksack eben dabei ist. Wäre aber nicht darauf gekommen. Dann lege ich das so drüber, dass man es nicht alles sofort erkennen kann. Taschen sind ja abschließbar. Kennt man ja diese von meinen Long Rider Taschen. Und so ist es dann relativ gut gesichert, würde ich sagen. Weiter geht's nach Sesimba. Bis zum nächsten Mal. Hier werde ich jetzt mal eine Snackbar. Ich glaube an diesen, ich wähle, weiß ich noch nicht, ich glaube die mit dem Superboxschirm, will ich mal einen Snack essen. Damit soll es das gewesen sein von dem Video. Ich möchte mich bei Carsten noch für die Spende bedanken. Und ich fahre jetzt noch ein bisschen weiter, aber wohin, verrate ich erst beim nächsten Video. Also lasst ein Abo da, wenn ihr fahren wollt, wohin ich als nächstes fahre und wenn es euch gefallen hat. Macht's gut. Tschüss aus Sesimba. Eine Sache hätte ich noch als Nachtrag. Und zwar habe ich irgendwo, ich kann mich nicht mehr erinnern, irgendwo hat jemand gesagt so, ja bei der Hitze ist es total wichtig, dass die Jacke so einen Haken hat, wo man den Kragen wegklappen kann. Und meine Jacke hat hier so einen Haken, wo man den Kragen wegklappen kann, ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Habe ich aber noch nie benutzt gehabt und jetzt habe ich benutzt das zum ersten Mal und ja, ist ziemlich geil, es ist luftig und so, weil sonst macht der immer zu oder ja, ist cool. Ja. 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 Ja.